Hallo und herzlich willkommen zurück zu Yakuza 0, wo wir hier uns auf der Ivaro Bridge mit einer Lady treffen wollen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja. So, mal gucken, was wir da in der Sushi-Bar machen können. Müssen wir da auch wieder singen, tanzen und klatschen? Nee, einfach nur Karaoke. Hey, 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 aus dem Weg, ja? Ja, nice, die kleine Dame, die Akku, rammt ja auch mal weg. Wir müssen hier rein. Also, wir müssen hier in der Sushi-Bar, rammt ja auch mal weg. Wir müssen hier in der Sushi-Bar, rammt ja auch mal weg. Wir müssen hier in der Sushi-Bar, rammt ja auch mal weg, rammt ja auch mal weg, rammt ja auch mal weg. Wir müssen hier in der Sushi-Bar, rammt ja auch mal weg, rammt ja auch mal weg, rammt ja auch mal weg. Wir müssen hier in der Sushi-Bar, rammt ja auch mal weg, rammt ja auch mal weg, rammt ja auch mal weg, rammt ja auch mal weg. Wir müssen hier in der Sushi-Bar, rammt ja auch mal weg, rammt ja auch mal weg, rammt ja auch mal weg. Wir müssen hier in der Sushi-Bar, rammt ja auch mal weg. Wir müssen hier in der Sushi-Bar, rammt ja auch mal weg. Ah? Das muss man sagen... Ja, das Essen. Ah, das Essen! Also, hier, rammt ja auch mal weg. Das Essen ist ein und das Essen. Okay. Don't get ahead of yourself, Goro. She will be more eager to talk once she gorged on Zotenbori's finest. Alles klar. Please come again soon. Let's go. Let's go. Okay. Let's go. We're going to have a heart attack. Then we're going to talk about the previous story. Oh. I want to go there. Where are we now? Where are we now? What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Well, we're going to go to the house. We're going to go to the house. We're going to go to the game center. We're going to go to the game center. Oh. Cool. Is he right there? We're going to go to the house. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Space Harrier Da hinten so ein Poster Was zur Hölle war das? Insert Coin Entertain yourself ten times Ah, so funktioniert das also Okay Äh, was? Yo, was zur Hölle, Mann? Was ist das so in Geschiss? Okay Oh, fuck off, ey Als Kind schon Hab ich da nie gewonnen Ah Nein! Okay. Die gehört uns. Safe call. Ah! Nice! Sehr schön! Hi! I have to get you. I want you to get this, right? I'm so happy! Thank you, Doro. Thank you. Well, it's all about this. I'm sorry, but it's not about the Makimura. What? Are you doing this in this place? I'm going to talk to you somewhere else. Well, that's right. Let's go. Now, we're going to the disco. The disco? You just have to get that? You're going to have to get that? You're going to be ready. What? I'm so happy. You can see the person's phone call. I'm so happy. I'm so happy. You're going to have to go to the bedroom room. You know? I'm so happy. I've been going to go to the room room. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Ah ne, wir müssen in die Richtung. Ach komm, jetzt schläg ich nicht so an. Ha ha ha. Ha ha ha. Ho ho ho. Was ist denn da vorne los? Ist da gerade ein Kampf? Wie stark gerade ein Kampf? Tide youth, okay. Ain't tellin' you again, Spax. This is our patch. Any way has been. Now clear up my yard, son. You high? I had my eye on this bridge for a while now. Don't matter who's dancing here before. That doesn't mean you own that place. If they're gonna fight. Did they have to take up the whole bridge? They got a disco to get to. Ich glaube, die machen wohl nur ein Dance Battle machen, oder? Oh, Mr. Hitler. Ah, Majima. There you are. Mr. Hitler. What are you? What are you still out hunting for a place we can go at it? No. Nein. Just out for my afternoon. Constitutional. Taking the city. Taking in the city. Hmm. You seem troubled. Well, yeah. I gotta get across this bridge. But some. But those punks. They're doing a good job of blocking the way. If they wanna break each other's faces. That's fine by me. I just wish they hurry up with it. Fisticuffs. Mowing the ritual of their kind. I doubt things will take such a violent turn. Rituals? Well. Wait. What do you know those guys? Judging from their attire. They are. They are. Ausführer, Ausführer, Ausführer of the new breaking dance, the Kotzdanz, the kids are so fascinated with these, with these days, with these days, No, that was Bacchus, it is the custom to settle disputes by dancing, dancing to assert dominance, what are they, some kind of horned-up birds, how the hell do you fight with dancing, Sieh einfach zu, schau, sie haben angefangen, schau dir ihre Performance an. Holy, that was dancing, I never seen moves that sharp, wonder if I could pull some of, some of that off. Looks like my win, this bridge is, was, and forever remains property of Ari Shikru. Fine, keep it for now, but this ain't over, I'm gonna, I'm gonna, up, I'm gonna up my game and be back for blood. Oh, seems like the boy in the red frock one, quite the same, eh? I'm in, tree-doing, way of establishing pecking order. Yeah, not bad, as street performances go. Playing coy, Majima. How do you mean, watching the damn sparkle something inside you? Did it not? That look in your eyes was hungry, ravenous, even. You got eyes like a damn hawk. Yeah, alright. Still don't know if I could actually apply it, though. Ah, that's marvelous news. Another thing to look forward in our sparring. Sorry, but I'm kinda in the middle of something right here. I get that, I get that you're rearing to, to, to go with this, but it's gonna take me a while, yeah? Oh. Out on one of these dates with a young lass. Are you? Ich war es doch damals, meine Äva. Braun. Das war ein Mädel. You're a formidable man in your arenas, it seems. Ja, du. Wait, na, nah, it ain't like that. Only teasing, mein Freund. But I have found our venue. Ashidaba Park. Park? Okay. I will drop by when I get some time. And I shall be waiting. Ui, da war irgendwas gerade kaputt. I will have my training to occupy me. Until then. Farewell. Crowd's clearing up here. Let's hustle to go. Let's hustle to the disco before something else comes up. Do the hustle. Yeah, moin. Do the hustle. Yeah, moin. Do the hustle. Marihuana. Discothek, saloon, marihuana. Mary Jane. Hat die nicht gesagt, die hat reserviert? Wieso müssen wir jetzt noch zahlen? Bitch. Bitch. Da-da-na-na-na-na-na-na-na-na. Da-da-na-na-na-na-na-na-na-na. Da-da-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Little bit of freedom is all I need. That's awesome. Sorry. What it looks like. What was wrong with your debut? I think I was going to have a normal scene in my bedroom. Where I was going to take this out. Very eagerly. I don't even know what you're going to do. No, do you know? That's not how I... I think I can. I mean, yeah. Ich weiß nicht, dass alle Menschen in der Stadt einen Mann zu holen und in den Hotel bleiben können, aber ich glaube, es ist sehr gefährlich. Machimura-Makoto ist ein Mann, der nicht in der Stadt der Stadt, in der Nacht, in der Stadt, dass er nicht so schlecht ist. Aber es gibt auch noch ein Mann, aber es gibt auch gefährlich. Das ist so, wenn man jemanden mit ihm verletzt, direkt bei der Mäkotos-Pokke-Belle zu kommen. Dann wird er direkt bei der Mäkotos-Pokke-Belle zu kommen. Huh? Ich habe schon gesagt, dass du vorhin schon gesagt hast. Mäkimura-Tjun ist, dass die Mäkotos-Pokke-Belle der Mäkotos-Pokke-Belle zu kommen? Das ist nicht so stark. Er ist sehr großartig, und es ist sehr großartig. Die meisten Menschen sind nur die Karten zu sehen. So, wir sollen jetzt Oder wir gehen mit auf die Tanzfläche In der nächsten Folge Hätte ich gesagt Dann bis dahin Und tschüss